yo digga check mal die flossen dort und alex hier und dabei ist mein homie dortmund palmas genau weg von der street nein wollen wir leute nach achensburg alex hier wie schon gesagt haben wir es dabei so ist es und wir starten survival of seatown richtig genau ich hoffe ihr habt jetzt schon reingeschrieben wie weit bekommen werden weil das ist immer so standard mittlerweile ja immer wenn man zu weit oder so mir hier auf diesem kanal sieht oder wo auch immer man gerade sich befindet am besten vor dem video immer schon direkt einfach eine runde reinschreiben wenn ihr um schon lest survival of seatown direkt einfach irgend entwerfende nummer reinschreiben oder einfach runde so und so oder welle so und so während das intro läuft könnt ihr schon reinschreiben ich glaube hier ist ja welle also wave oder welle irgendwie so ich hoffe mein sound ist jetzt nicht allzu laut vom game ich höre nichts geht um ihn ab ohne so eine usb manfang und so auf und so auf ja ich nur etwas verkackt hast herum nehmen die wieder die ganze Zeit geht wenn du noch geschossen werden sie nicht mehr wenn wir die gegner Ja, du wolltest mich schütten Ich laufe hier am Brunnen entlang Mir fällt gerade ein, das war die erste Folge NDS Da wo Adrian so stylisch in den Balkon, ach, in den Brunnen gefallen ist Oh, ich könnte es ja was sagen, war nicht I don't do it Because I wanna have friends Immer noch You wanna have friends immer noch? Wohin willst du? Bleib hier am Brunnen Hier ist richtig chillig Warum willst du nicht Weapon kaufen? Nein, ich spiele mit der Waffe bis die Typen mit der Dings kommen, mit der MP, nehme ich die auf Ich kaufe mir lieber eine, weil ich halt Goat bin und so Nein, gerade weil du nicht Goat bist Oh, die kosten 3.000, ich kaufe sie mir doch nicht Warte, guck mal, warte bis Runde, äh, bis Welle 4 Dann kommen die mit der MP5 Dann nimmst du die MP5 auf und kaufst du dafür lediglich Munition oder nimmst die Munition von den Gegnern auf Und dann ab Runde 7 oder 8, weil so lange kommst du locker mit der Waffe hin Kommt die mit der AK und dann hast du die Stärkste Waffe im Überlebensmodus Brauchst du kein, du brauchst kein Geld ausgeben, dann kannst du alles nur über AK, die Stärkste Waffe im Überlebensmodus? Vom, von Dings her, vom Schaden her Nicht die FMG9 Ich rede hier lediglich vom Schaden Ja Ja FMG9, drei Schuss, Online-Modus, bist tot Das war meiner Warum sind bei mir keine Gegner Oh, ich glaube, ich weiß, warum meine Laufwege sind einfach nur grottig Oh, ich paulisiere hier Wir sind viel zu gut für diesen Modus Hä, warum springt meiner immer Vielleicht drückst du, hä Hast du vielleicht irgendwas an deinen Einstellungen gefändert? Nein, hier ist eine Granate, war schon alles richtig Oh, oh Töte ich dich auch, die Granate? Ich glaube, die kann mich töten, du kannst mich auch anschließen, daher Komm mal her Nein Nein, nur aufruf, einmal anschließen In den Fuß, in den Fuß, okay Au Das war der Oberkörper Ah, da fuhre ich jetzt so wenig Energie Komm nicht mit deiner Pumpe, Alter, hau ab Hau ab Ich brauche, ich brauche noch mein Schutzschild, ob ich das Ding heiße Alter, hau ab da Und die... Do you In your face Bitch Do you face to the face Ich glaube, ich habe das auch mein Model nach Ich bin topmodel Oh yeah Ich bin topmodel Ich bin topmodel Ich bin topmodel Weiß ich hin, dogi Gleich Scheiß, köter Gott 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 Geld wird zu haben, und das alles nur mit Waffen Ja. We're getting money, oh... Von wegen hier, guck mal, du kannst, du, du kackst im Zombie-Mode, ach ne, ich, ne, okay, im Zombie-Mode hast du ja auch abgekackt, da war ich ja auch besser, aber... Und hier kackst du aber noch mehr ab. Was ist denn, Null-Taktik? Du kannst Kreis drücken, dann geht die nächste Runde schon los. AK ist die stärkste, sagst du? Vom Schaden her, ja. Nein. Warum hast du die jetzt gekauft? Die wäre doch in der, übernächsten Runde schon gekommen. Ist doch egal. Ja, das ist deine Zeit. Nein. Mein Kanal. Meine Regeln. Äh, nein. Äh, doch. Äh, doch. Äh, nein. Äh, doch. Oh, Mabda. Äh, nur, ich kann nicht anschließen. Das kann ich auch anschließen, ich hab die AK. Ach, ich. Ihr Bruder, das ist unser erstes Call-A-Taktik, die Survival-Mode. Nein, das ist nicht. Du. Nein, auf Interchange schon mal. Das ist auch mein Kanal. Ja, hab ich mir auf mein Kanal, wir machen, wir nur wie viel zusammen eigentlich. Und jetzt halt vor kurzem... Da kommt der Epify. Naja, ich bin ein Erachter. Ja, wir müssen. Da kommt der Epify. Ja, ich bin ein Erachter. 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 meiner da habe ich genug Munition diese als sie sich also Schutzwässer Joachim noch was noch Gold und so noch gut soll ich mal kommen und ich anschließend einer Pumpe das ist er aber ich habe auch immer untergefallen wird sich hinkommen so mit Böken Mbapp ganz nicht mal genüsslich an meinem Sack kraulen das heute gibt es wieder runter weil ich bei sexuellen älteren das Pro toll gemacht wird es echt gut gemacht Kasseler das wissen wir nicht was jetzt schon dauernd Bildschirmes das war nur ein Vorschlag das wurde nicht durchgeführt das haben wir gerade ein sieben nicht geheuer aus Kuhn 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 als er die Falle auf Distanz mehr kann sich vergessen dass die Mord und das auf Distanz sehr sehr oder Komendor Kuhn kann man ja Munition einsammeln Mann sind wir gut Kuhn 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 Mainz noch Gold und er sind die Karte ungenudelt die Hinten Kuhn 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 er wollte die Munition hier liegt so was habe ich voll okay so nix und gleich und die Taka die Tüten Kuhn Munition Munition ein Munition Wollen wir hier beim Haus bleiben damit diese verdammten von aber schon die können von hier noch von hinten kommen und noch von der Treppe ne ich wollte gerade sagen nein das wollte ich gerade sagen ich wollte gerade sagen bevor die Hedis ankommen so die müssen wir jetzt runterschließen die beiden AH6 ja also die können hier extrem niedrig fliegen ja darum sind es auch Ziehflieger oh da sind auch normale Gegner Oho Motherfucker Oh shit sie kommen sie kommen wo die Gegner die Akku Hubschrauber gleich so doppelt hält besser da ist meiner auch von daher auch umschlossen werden dass er ab so die beiden so das ist weg nun auch was aber klar wird es mache ich aber die möchte ich unbedingt wir können zu gerne erledigen so jetzt heißt es man muss verletzen brauchst du um er bei der Gubel die Anadels und auch genug Zeit doch doch soll es immer bei haben ja es ist Prozent Schutzwässer da 2000 hat auch dran das weiß man ja n wo sie auf mich waren wie geht das so 7.000 noch 6.500 Prozent wir bleiben hausten ja den Frank und wir waren sie aber so da das war man nach der Runde der übernicht und ein Verklärungs kaufen und Prozent alles wird die da die beiden Türen jeweils haben man ist genau so zu dafür zu Hunde Hunde Kacken gestellt sie 4 Kumpel Treppen Städter 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 wo es ist was sie denn die Klaube da war alles mit Koks hinter der Sonne und die Treppe ist noch offen Egal ich gehe wieder zu mir C4 Hund kann ich das Ding auch kann ich nicht wegstellen boom hallo Gegner ah Davor ist der geflogen so schnell zur Munition ich hab noch neun fast 10.000 wo wo sind die Waffen Alter wie weit sind die Waffen nicht so gut die MIP wahrscheinlich nein falsche Waffen ich bin ich da kriegen wir gar keine Klinik Handfeuer Patron aufstocken Prozent Maschinenpastor Sturmgewehr ACR Städter 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 nur Munition Klinik Klinik Städter 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 ja sie sind in dem Haus gespawnt toll aber und erobern wird schnell zurück und um und er ein Brasche ist und E das Haus wird durch die beste Variante das geschützt macht gute Arbeit hier von Osor den die heißt das Ding äh das ist in den Klammern das heißt es ist geschützt mit Explosion geil gefällt mir ich hatte Schütz auf ich hatte Schütz auf wegstellen mein Gott e m nun muss er das tun 6.600 Ake oh mein Gott ich will es eigentlich ich brauche mich mit Klamour sind sie viel wieder super Klinz der Munition scheiße dass er nur so weit verlaufen müssen oder wir gehen aber ein anderes Haus immerhin kriegen wir sie vier äh Klamour sind sie viel relativ schnell um ich hab Klamour gekauft fünf Stück erst mal und schütze ich habe das geschützt und kann aber ich gehöre oder nur ein Tausend verdammt stelle ich einfach hier an der Treppe noch ja ja okay jetzt kommen was weiß ich dass die vierte 1 C4 von Idioten ja aber hier steht noch eine Klamour Toschisch und Klamour du bist der Klamour ich hochgejagt wo bist du denn unten ich lege kaputt aber jetzt stehe ich wieder meine Fresse zu tun Schockerlauen 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 Ose Schockerlauen Ose Schockerlauen echt Blende ihn da kaputt nein sind geblendet da tot toll mein Geschick ist kaputt wofür ich hab mein ganzes Geld ausgegeben ich brauch jetzt dringend erstmal Schutzwestern Last Stand muss ich mir holen wo ich gar kein Geld habe ich hab nichts mehr ne kein Schutzwestern und kein Last Stand mehr das ist echt übertrieben okay muss man zur Vorsicht holen scheiße ich kann mir nichts kaufen ohne Schutzwestern mein Geld ist weg die Runde läuft nicht gut eben lief noch alle so perfekt aber diesmal die Runde ging ganz so gut ja das war irgendwie nicht gerade toll müssen wir nachher auch noch Predators holen ne da wird er kommt Reiter genaut n kommen Gegner die schießen sogar kaputt und ein Scheiß geschützt glaubt mir alles nach das wird gut platziert das hat Gold platziert und da kommen sie alle angehoppelt ja alter ey das macht keinen Spaß du klaust mir alles ich hab kaum Munition ne ich spiel so mit der MP5 nix runde also mach's gut mach alles gut ich renne mal schnell hin wir haben jetzt 30 Sekunden Zeit ich muss mein Geld aber sparen ich nicht I'm getting money oh ach ich spiel diese Runde einfach ohne Waffe ich hab's warum auch nicht nein 10 Sekunden schreibe ich's glaub ich nicht Hauptsache bis beim Haus sie da nicht spawnen ja man finde ich hab die ganze kack Munition ist einfach aufgenommen ich hab keine Granaten mehr gar nichts mehr das ist UNGLOBNICH BAM 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 ey ich schieße auf die gleichen Gegner Das ist nicht ganz gut. Dann werden ja alle Kielze klaut, als das tolle Schütze hier steht. Ja, ja. Ich falle, ich stelle es jetzt woanders hin. Nein, lass es doch da stehen, ist doch gut. Finde ich eh kaputt. Nein. Es dampft. Nee, doch nicht. Doch, es dampft, nee, dampft. Wenn du da raufschießt. Was? Ach ja. Runde 11. Boah, wie toll wir sind. Ja. Ja, das ist doch gut. Und die Map gehört zu denen, so der Kategorie der Vorletzter, so der Söldner Maps. Ich glaube nicht, nein, eine Kategorie davor, wo wir schon auch drin ist. Ah, keine Ahnung, es gibt euch fünf Stück und die sind dritten. Gut, so, das habe ich mir gekauft. So, das kann ich mir nicht kaufen, dann habe ich zu wenig Geld. Ja, schon auskommen, sind wir gefickt. So kann man es ausdrücken. Ich habe noch zwei Blendenkarten, also. Ja, ich habe gar nichts mehr. Ja, ja. Ja, zwei Juggernauts gesagt habe. Jawohl, genau vor unser Haus. Klingeln die wenigstens vorher, wenn sie eintreten. Haube ich mal. Und der andere genau um Brunnen. Was noch niemand, Hinten, Markkartoffel. Torek, was auch, wir schalten erst mal alle normalen Gegner aus. Wir müssen versuchen, dass die Juggern uns nicht auf uns zukommen. Ja, doch, der eine kommt genau auf mich zu. Der eine hat ein Schild. Der andere nicht, dann kann ich den erstmal lassen. Ich hau ab, Alter. Der Hintergrund, der hinter dir ist ein Juggernaut. Ich hol das Abschlussserie. Renn einfach weg. Wie eine Pussy. Ich mache einen Dropshot, das bringt die Bauten mit, oder? Wo bist du? Unten im Haus. Wow. Kommen gerade alle runtergesprungen. Lock die Juggernauts raus. Ich bin so weit weg, ich bin eher bei dir. Ja. Ich muss in den Cover gehen, ich muss in den Cover gehen. So, bleib mir aber, bleib auch von mir weg. Du schießt durch die Wand, ticken die nicht ganz richtig. Bist du draußen mit den Juggernauts? Nein, die Juggernauts sind noch nicht draußen. Ja, dann warte, kannst du schon mal die Predator reingucken, wenn siehst du, sobald sie draußen sind. So, sie sind draußen, beide auf einen Haufen. Der eine rennt viel zu schnell. Beide weg? Nein, eine ist noch da mit dem Schild. Der mit dem Schild ist noch da. Soll ich noch eine Predator draufklommen? Nee, nee, brauchst nicht. Also, also, auf jeden Fall hat er übelst ein Hit abgekriegt. Warte, lass mich den Markt machen, ich komme von hinten aus dem Hinterhalt. Aber ich komme von vorne, aber es ist trotzdem ein Hinterhalt, weil ich ja noch dazu komme, schnell. Okay, Lien. Nachher, 8600. 3900. Oh, wie ich ihn mir geben habe. Hab ich übelst geraped. So kann man sagen. Beide sogar, so kann man auch sagen. Also, ich weiß nicht, habe ich jetzt noch, ich habe mir wieder ein Geschütz gekauft. Ja, hier schickt er, stellst du dir hier hin. Hier ist das echt am besten. Guck mal, ich sitze, bequem, ne? Na, ist doch schön. Bois hingstellt hier, oder? Was hier? Nee, 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 hier hinten, in der Ecke. Hier, so. Warte. Gib mir das Ding einfach, ich weiß, wo stand. Okay, Pax und Brüwels. Hauptsache es macht Kills. Ja, weil er, weil er verstanden ist, ist uns auf den Weg. Komm, Gegner. So, dann, letzten Schüsse meiner AC aufbrauchen. Oh! Das ist irgendwie doof, als ob man den hier mit den mehreren Leuten spielen kann, den Modus. Ah, hier kommen und es kommt, diese Gastypen. Ja, ich habe schon gesehen. Gasman. Mit der Gasrechnung sind nicht hoch, so. Ach, ach, ach. Die Runde ging aber aufwächst. Man kann man nicht mehr so geschützt durchlaufen, was da ein Verwandt. Darauf ging, glaube ich. Oh. Ach, ja, AC auch. Ja. Die Sächte und und Arcana. Ja. Beide ohne Ausgaben. Beide ohne Ausgaben. Beide ohne Ausgaben. Ja, ganz gut im Laufe der Kau. Und jetzt bin ich jetzt komplett leer. Wir kommen gleich voll. Kann man die Munition mitbringen? Nein. Hm. Mh. Untertitelung des ZDF, 2020